Die neuen Seminartermine für das Quartal 2 2024 Grundlagenseminare Allplan Newcomer One for All Perfekt für Beginner Aufbauseminare Allplan Competence Architecture als Aufbaukurs für Allplan Newcomer One for All für die Fachrichtung Architektur Aufbauseminare Allplan Competence Engineering als Aufbaukurs für Allplan Newcomer One for All für die Fachrichtung Ingenieurbau Spezialseminare Allplan Booster Digitales Geländemodell am 27.05. in Regensburg und online Allplan Booster Treppenmodellierer am 19.04. und am 13.06. nur online Allplan Booster Dachkonstruktion am 29.04. und am 17.06. nur online Allplan Booster Visualizer am 27.05. in München und online Und Allplan Booster BIM Starterpaket am 12.04. und 7.06. nur online Melden Sie sich jetzt an unter cs-konzept.de Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und hoffentlich bis bald!